Karl Robert Mandelko war ein deutscher Germanist und Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Hamburg. Er zählt zu den bedeutenden Goethe-Forschern des 20. Jahrhunderts. Leben Der Sohn eines Polizeioberleutnants besuchte die Volks- und Oberschule in Hamburg-Eppendorf, bevor er 1943 während der alliierten Bombardierung Hamburgs als Luftwaffenhelfer eingezogen wurde. Gegen Kriegsende diente er als Fahnenjunker bei der Luftwaffe und geriet 1945 in Italien in amerikanische Gefangenschaft, konnte aber bereits Ende des Jahres nach Hamburg zurückkehren und seine unterbrochene Schulausbildung fortsetzen. Ab 1949 studierte Mandelko in Hamburg Philosophie, Theologie und Literaturwissenschaften und finanzierte sein Studium zeitweise als Gitarrist in Hamburger Jazzclubs. Ehe er 1955 auf Betreiben seines akademischen Lehrers Hans Püritz ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes erhielt, 1956 legte Mandelko das erste Staatsexamen für das Lehramt an höheren Schulen ab und wurde 1958 mit einer Dissertation über Hermann Bruchs Roman-Trilogie, die Schlafwandler, zum Dr. Phil, promoviert. Anschließend war er bis 1961 Assistent bei Adolf Beck und begann parallel mit der Arbeit an der Edition von Goethes Briefen im Rahmen der Hamburger Ausgabe 1961 ging er als Lektor an die Universität von Amsterdam und wurde 1965 als Professor an die Universität Leiden berufen. Vier Jahre später kehrte er zunächst als Gastprofessor nach Hamburg zurück, bevor er 1970 als Nachfolger von Beck auf den dortigen Lehrstuhl für Literaturwissenschaft berufen wurde. 1977 übernahm er zusätzlich die Leitung der Hamburger Arbeitsstelle des Goethe-Wörterbuchs 1992 wurde er emeritiert. Auszeichnungen 1999 Goldene Goethe-Medaille der Goethe-Gesellschaft Weimar Schriften 1962 Hermann Bruchs Roman-Trilogie, die Schlafwandler, Gestaltung und Reflexion im modernen deutschen Roman Heidelberg C. Winter, 1968 Goethes Briefe, Hamburger Ausgabe in vier Bänden, zweite Auflage, Christian Wegner Verlag, Hamburg, 1976 Orpheus und Maschine, acht Literaturgeschichtliche Arbeiten Heidelberg Lothar Stiem, 1980-1989 Goethe in Deutschland, Rezeptionsgeschichte eines Klassikers Band 1, 1773 bis 1918 Band 2, 1919 bis 1982 München, Beck, 1982 Europäische Romantik i, Wiesbaden 1988 Goethe, Johann Wolfgang von, Briefe und Briefe an Goethe, sechs Bände München, Beck, ISBN 978-3-406-3-30483 2001 Gesammelte Aufsätze und Vorträge zur Klassik- und Romantik-Rezeption in Deutschland, Frankfurt am Main Ua, lang ISBN 3-631-3693-3-6 Gesammelte Aufsätze und Vorträge zur Klassik- und Romantik- 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 und Romantik-